Was glaubt man aus die Fighters und heute haben wir zwei wichtige News bekommen. Einmal für Global, einmal für JP und zwar bekommt Global am 25. Februar 37 morgens unserer Zeit das EZA von oder für physisch Vegito Blue. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt was der Boy drauf haben wird. Wir gucken uns auch gleich alle Informationen unterteils zu der neuen Global Celebration an. Und auf JP ist das Banner von Broly und Goku Black Online. Falls ihr schon gesammelt habt, lasst mich gerne wissen was ihr gezogen habt, falls ihr noch sammeln werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr sehr viel Glück. Ich werde heute Abend live sammeln auf Twitch, Freunde, der Link ist in der Beschreibung. Ich kann euch noch keine genaue Uhrzeit nennen, ich werde es euch aber dann frühzeitig auf den Social Media Kanälen wissen lassen. Ansonsten ist das Streamplan in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken. Und ich bin auf jeden Fall schon ready für die Boys zu sammeln. Lasst uns mal ganz kurz die Infos auf JP anschauen. Wir haben das LR oder Top Legendary LR Banner, heißt 2 LR sind Featured. Einmal der neue Goku Black, einmal Broly an der Stelle. Dann haben wir 12 Featured SSR an sich. 5% aufgeteilt durch die 12 Kasi. Und dann haben wir auch noch natürlich nicht Featured LR, die ebenso im Banner sind. Govastu, sehr geil, den Featured Pool, gar nicht mal so schlecht. Und der GSSR-Stort ist zu 95% nicht Featured. Die Coins, Freunde, wir bekommen hier gelbe Coins. Jeweils wenn ihr 5 Stones ausgibt, bekommt ihr einen Coin. Und das sind die Charaktiere, die ihr euch dann mit den Coins holen könnt. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, welche LR Charaktiere nun, oder ich wollte mal für mich mal gucken, welche LR Charaktiere drin sind, sag ich mal. Und ansonsten, Freunde, das ist aber immer noch Part 2 auf JP. Part 2 des 5-jährigen Jubiläums. Part 3 hat noch nicht angefangen, fängt noch an, sag ich mal. Und noch eine wichtige Sache, das letzte Ticket gibt es immer noch nicht. Gibt es immer noch nicht, werden wir noch bekommen während des Jubiläums. Wann genau, wissen wir nicht. Sobald wir das haben, Freunde, ich warte auch geduldig darauf, dann werde ich es euch auf jeden Fall so schnell wie möglich wissen lassen. Und lasst euch nicht irritieren, es gibt andere Tickets, die ihr euch holen könnt. Das sind aber nicht die Tickets, nicht die 5,50. Das sind nämlich diese Figuren-Collaboration-Tickets. Diese Tickets könnt ihr euch holen aus dem Spiel. Und gegen andere Tickets, ein bisschen kompliziert jetzt an der Stelle. Gegen andere Tickets im Barbershop ertauschen, damit ihr an einer Verlosung dran teilnehmen könnt. Aber für uns hat sich das geschenkt, denn man kann nur teilnehmen, wenn man auch in Japan wohnt. Also eine japanische Adresse hat, sag ich mal. Dann könnt ihr quasi mit den Tickets hier, die ihr bekommt, gewisse Tickets einlösen. Das ist für die Figuren, für die Figuren-Collaboration. Und da habt ihr dann eine Chance, an einem Gewinnspiel dran teilzunehmen. Aber wie gesagt, das hat es für uns gegessen. Denn, ja, ihr braucht eine japanische Adresse, ihr müsst in Japan leben, sag ich mal. Ja, deswegen, lasst euch nicht irritieren. Das letzte Ticket von 55er bekommen wir noch. Ansonsten, wie gesagt, sehr viel Glück euch, wenn ihr Summ werdet. Bei mir heute Abend, wenn ihr es und Zeit habt, schaut gerne vorbei auf Twitch. Dann haben wir die Global Celebration, Freunde. Global Celebration gar nicht mal so schlecht tatsächlich für eine Filler Celebration, sag ich mal. Wir haben Login-Bone, wir haben Special Missions, gucken uns gleich genau an. Wir haben einen Dragon's Zone Sale. Okay, wir haben Hercules Login. Und erstaunlicherweise geht das bis zum, das geht bis zum 2. März. Also, es geht schon eine gute Zeit. Also, richtig geil. Zusätzlich gibt es zum normalen Login auch noch Hercules Login. Bekommt ihr gewisse Preise, wie das Ganze läuft. Wir haben neue Coins, sag ich mal. Diese Coins gibt es aus der Mission. Können wir uns gegen gewisse Sachen im Barbershop eintauschen. LR Kai und so fort. Also, es gibt auf jeden Fall gute Ressourcen. Wir haben das LR-Banner von Godgoo, welches online ist. Und ebenso, dass ein Banner der Ins-Charaktere, über die zwei Banner haben wir schon gesprochen, Freunde. Wir wissen, was LR Godgoo drauf hat. Falls ihr auch hier reingeht, sehr viel Glück. Falls ihr schon gesammelt habt, lasst mir gerne wissen, was ihr gezogen habt. Das Banner an sich auch, 12 Charaktere sind Featured. Ein LR ist natürlich an der Stelle Featured, das ist LR Godgoo. Ansonsten haben wir, wie gesagt, 12 SSR, die Featured sind aufgeteilt. Also, 5% aufgeteilt durch 12 und 95% Nicht-Featured-Garantie auf den G. SSR ist doch, ah, hier ist auch Gewass-Featured. Okay, nicht schlecht, die ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber ja, ansonsten wisst ihr schon zum Banner Bescheid. Weiter im Kontext sind auch noch ein, zwei Sachen. Oh, ja, 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 Freunde. Physisch spielt du bloß EZA, passt mal auf. Die ganzen Events sind jetzt online, Freunde, bedingt durch EZA. Unseren Vorteil, LR Kai-Samen, ebenso online, Story-Events online. Das ebenso online, damit man quasi die SA von dem In-Support-Vegeter-Farm kann. Und hier dann das vom Gohan, sag ich mal, Gohans SA, falls ihr ihn habt. Der Boy hat sein EZA bekommen, des Strength-Biros. Da gehe ich gleich drauf ein. Wir bekommen ein Battle-Feed am 19. Februar, 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Da ist das Ding, Freunde. Physisch Vegito Blue bekommt am 25. Februar, 7.30 Uhr morgens unserer Zeit, sein EZA. Wir wissen leider noch nicht, was er drauf hat. Wir wissen, dass sein EZA, sein Extreme-Z-Battle kommt. Was wir wissen ist, dass die Time-Traveler-Katerie sehr effektiv in seinem EZA sein wird. Oder in seinem Extreme-Z-Battle wird quasi die Katerie sein, die hier vermehrt Schaden macht. Und das Banner, also das Time-Traveler-Banner kommt ebenso am 25. online. Die EZA-Tickets von ihm auch. Diese Events kommen ebenso am 25. online. 3.37 Uhr, sowohl als auch die Dokumente, die dann über eine bestimmte Zeit online sind. Und auch das Extreme-Z-Battle von dem Boy Cell. Und die Celebration aktuell geht bis zum hier 2. März. Also gar nicht mal so schlecht. Also das mit Herkund-Login ist echt geil, dass es so lange geht. Okay, ansonsten, ja, lasst mal den Boy, also über die Banner haben wir gesprochen, Freunde. Lasst uns mal den Boy hier angucken. Der hat nämlich sein EZA bekommen jetzt, okay. Das ist der Strength-Virus. Woher bekommt er seine Medaillen? Aus dem EZA und apropos, der ist echt gar nicht mal so schlecht. Also ich werde mir Extremsy-Awake-Money showcasen, weil er gibt der War-The-Rivals-Katerie hier. Kiplus hat älterer 30%, hat auf die Verteidigung 100% und hat eine High-Chance oder 200% draufbekommen. Aber als Supporter im Piccolos-Team, das will ich mal sehen, was das auswirkt für Piccolos-Team, sag ich mal. Jedenfalls, das ist folgendermaßen, Freunde. Wenn der Hauptcharakter, also der Hauptcharakter im Prinzip wäre ja eigentlich der Tech-Virus, okay. Der Tech-Virus, seinen Extremsy-Wertel haben wir am Start, beziehungsweise er hat jetzt seinen Extremsy-Wertel. Und da müsst ihr dann quasi Level 1 bis 30 schaffen, dass ihr seine Medaillen bekommt. Jetzt hat aber ein anderer Charakter auch die Chance, durch seine IZA-Medaillen sich Extremsy zu awaken. Aber das heißt nicht, dass jetzt, das geht auch gar nicht, dass wir wieder Level 1 bis 30 machen. Sondern, ich muss das kurz erwähnen, weil ich denke, dass es nicht den meisten muss. Oder viele wissen nicht, wie das geht, ich werde oft gefragt. Sondern ihr braucht, ja, wie gesagt, die IZA-Medaillen, gewisse Medaillen. Schaut einfach her, ich brauche jetzt zum Beispiel zwei Bronze-Medaillen. Dann geht ihr zum Event. Und diese Medaillen könnt ihr euch aus den Stages, aus den Leveln zuvor holen, weil ihr habt gewisse Checkpoints erreicht. Beispielsweise, ich brauche jetzt zwei Bronze-Medaillen. Das heißt, ich klicke hier einmal auf Select Level und dann gehe ich hier runter und hier steht dann dran, welche Medaillen ich wo brauche. Gehe auf Level 10 und wenn ich Level 10 schaffe, bekomme ich hier eben Bronze-Medaillen. Hierfür verbraucht man aber Stamina, weil man die Stages schon geschafft hat, hat, sorry. Aber so habt ihr dann eben für IZA-Charaktere, die neben dem Hauptcharakter des Extremsy Battles einen Awakening bekommen haben, ihre Medaillen. Um es kurz zu sagen, ja. Ihr geht auf den Checkpoints, holt erstmal die Bronze-Medaillen. So viel wie ihr braucht, um ins Awakening dann die Silber und so weiter und so fort, Freunde. Was wir auch noch haben, sind neue Missionen für Legendary Goku's Event. Darauf haben wahrscheinlich sehr viele drauf gewartet. Ich ebenso, weil das ist echt eine coole Herausforderung. Es ist echt spaßig, diese Mission zu machen. Was sind das für Missionen? Zum einen, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Fighting-Legend-Goku-Event nochmal schafft, Phase 1 bis 7-8-Phasen, dann bekommt ihr die Sachen, die ihr gelistet. Es gibt auch Goku-Tickets. Diese Goku-Tickets könnt ihr in einem Goku-Ticket-Banner ausgeben. Und darunter sind auch ein, zwei Goku-Ler, sag ich mal. Ler-Gotku nicht, aber Ler-3-Fahrer-Goku ist zum Beispiel drin. Jedenfalls, das Geile wird jetzt, jetzt gibt es solche Missionen, in denen ihr mit euren Kategorie-Teams das Ganze schaffen müsst. Und das ist schon mit dem einen oder anderen Kategorie-Team herausfordernd, beziehungsweise halt abhängig davon, welche Charakterie ihr natürlich habt. Und zwar, Freunde, habe ich zu gewissen Charakterien oder gewissen Kategorie-Teams, sag ich mal, zu den Missionen schon Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne angucken. Ich habe auch mal versucht, mit einem Team zwei Missionen auf einmal zu holen. Was meine ich damit? Ich habe mir dann im Prinzip ein Team gebaut aus Charakterien, die sowohl in einer als auch in einer anderen Kategorie sind, um eben die Mission oder zwei Missionen auf einmal zu holen. Jedenfalls zum Beispiel, welche Kategorie sind das dann hier? An der Stelle müsst ihr mit einem Kategorie-Team rein und serve mit der Fusion-Kategorie. Sechs Charaktere, also euer Team ohne Friend, muss aus Fusion-Kategorie-Karakterien bestehen. Dann müsst ihr Legend-Koku-Event schaffen und pro Kategorie-Mission, sag ich mal, ist das Ganze jetzt einfach mal, bekommt ihr dann fünf Tickets und fünf Stones. Wir haben einmal die Fusion-Kategorie, Freunde, wir haben einmal hier die Potara-Kategorie, dann haben die an der Stelle Hybrid-Saints, okay, nice. Dann haben wir die Numerous Survival-Saga, okay, okay, okay. Das ist richtig geil, das hat übel Spaß gemacht oder es macht sehr Spaß, das einfach zu versuchen. Realm of Gods haben wir an der Stelle oder Realm of Gods und, naja, das hatten wir schon, wie gesagt, und dann haben wir hier noch Pure Saints, okay, Pure Saints, easy. So, wenn ihr euch ein Pure Saints-Team baut, könnt ihr auch darauf achten, dass ihr beispielsweise auch noch Charaktere mitnimmt, die in Full Power sind. Also komplett das Pure Saints-Team baut mit Charakteren, die sowohl in den Pure Saints sind, als auch Full Power. Das mache ich damit, dass ihr dann zwei Missionen auf einmal abschauen könnt. Oder, ich glaube, ein Movie-Boss soll es auch geben, oder? Ah, Transformation-Boost. Ich glaube, ich habe Transformation-Boost und Full Power kombiniert. Oh, ja, ja, doch, 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 das war richtig geil an der Stelle. Haben wir auch noch Movie-Heroes, haben wir, dann sollten wir Movie-Boss auch machen. Ja, okay, kann auch sein, dass es Movie-Boss oder Full Power war. Und das ist, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, das haben wir in den Streams gemacht. Diese Mission werde ich auch natürlich machen mit meinen Cut-Tree-Teams, werde ich wahrscheinlich auch im Stream machen, das mache ich gerne in den Streams sowas. Werde es dann aber auch für euch auch hochladen, damit ihr seht, mit welchen Teams ich da rangehe, sage ich mal. Dann haben wir zum Ende des Videos noch die specialen Missions, Freunde, und zwar müsst ihr einmal Daily Tsai-Status schaffen, ein Growth-Event. Growth-Event, Freunde, das sind folgende Events. Ihr geht einmal auf Event und dann müsst ihr eines dieser hier, da steht Growth dran, eines dieser Events müsst ihr dann Daily schaffen für die Missionen. Das wurde ich auch ein paar Mal gefragt, was für Events denn das sind. Das sind eben diese gewesen. Ansonsten bekommen wir aus den specialen Missions diese Coins, da zeige ich euch auch noch gleich, was ihr damit machen könnt. Dann haben wir hier noch 15 Seminar konsumieren, bekommt ihr dann Daily all das, was hier oben gelistet sind. Und über die Celebration hinweg müsst ihr bis zu 5 Mal trainieren, bis zu 3 Charaktere Zero-Eaken, 1 Charakter Doktor-Eaken, bis zu 100 Knoten im Hidden Potential System öffnen, bis zu SA10, eines Charakters bringen oder eure Charaktere bis auf SA10, sorry, SA7. Ja, bis SA7 oder drüber, sage ich mal, wie es hier dran steht. Gibt eine Stage schaffen unter speziellen Bedingungen, indem ihr keinen Schaden bekommt, eine Stage schaffen unter 2 Minuten, 5 Mal müsst ihr das Ganze machen, eine Stage schaffen, indem ihr nur Super-Attacks nutzt, das Ganze müsst ihr 3 Mal schaffen. Ihr müsst bis zu 7 oder 5 Seminar verbrauchen, dann habt ihr die Missionen, wie ihr gelistet seid und mit den Coins hier an der Stelle, Freunde, könnt euch wie gesagt aus dem Babyshop gewisse Sachen holen. Gibt gute Sachen, LK, gewisse Ressourcen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ganze zu machen, das Ganze zu holen. Ansonsten wäre es das für das Video, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like gelassen, falls ihr Leute seid, auch gerne ein Abo. Sorry, dass ich mich so nasal anhöre, aber keiner weiß, einfach leicht erkältet nehme ich mal an, aber alles Gute ansonsten, Freunde, heute mit Gesamt, bis dahin bin ich fit und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, was mit, Freunde, Peace.